hasta la ma hallo muchachos, nüsse, kraune und mega sweet das wir einschalten und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren runde rainbow sexy dranked unterwegs sind wir heute auf kaffee dostojewski zusammen mit mabossa hallöchen hausme toyota mitsubishi tamagotchi so ich habe mir eine sexy brille auf und deswegen ist es eigentlich zeit für one aber eigentlich ist das mein typischer puls platz selbst entscheiden puls oder wurde ich spiele die gute lesion nähe die karte lesion immer schon so komische haare so guter ich finde es schade dass man bei den skins immer beides ausrüsten muss headgear und uniform aber geht eigentlich ja ja ich würde gerne weil eigentlich zwei kopfbedeckungen die geiler aussehen als diese hier aber nehmen kann weil wir haben gemacht dafür sind ja eine uniform kacke okay ich habe sich hier das heißt ich könnte hier an der new hedge sein und da ein bisschen rumwerfen oder ich mache es einfach richtig undercover meine lesion tactics stehen hier oder war eine dorne hier war eine dorne ja ja bleiben sie hier dankeschön runde geht los ich defende wieder natürlich mein white stairs weil das ist my area gleich ist ruck tot warte hör ich hier was ruck geht doch weg da jetzt warte ruhig ruhig warte hör ich hier nicht erst nicht gestorben ein green forst mit ok jetzt so gut wo denn und piano müsste aber an dem riesen wenn es oder sein geht doch weg hier jenks jenks klasse blackbeard blackbeard new head ich will nur in der unterkopf wir haben wenn es aus einer marvin welchen fenster und frage ich darüber rennen wenn das reinkommen die hat Ja, da ist Blackbeard, guck nach links, wo nach links, da müsst ihr irgendwo kommen jetzt Ja, ich bin schon wieder zu gierig geworden, Alter. Die ganze Zeit jetzt gesehen, der Typ da beim Fenster, der reingekommen ist, auf den neuen Balken, hier rechts, den wollte ich holen und bin dabei unter Skylight gelaufen, weil ich dachte, okay, langsam wird wahrscheinlich im Skylight keiner mehr sein. Achso, ja. Äh, falsch gedacht. Uuuuuh. Also, alle meine Entscheidungen, alle meine offensiven Entscheidungen, stellen sich als Scheiße heraus. Mui Scheiße. Was hat er gesagt? I need what? Keine Ahnung. Warum ist er da gepinkt? Ich weiß auch, ob wir sie haben. Ich glaube, mir ist, wie sagen wir, egal. Viele egal. Hallo. Okay, auf jeden Fall, hier ein Jäger-Device hin. Dann scheppern wir hier noch Stacheldraht hin. Dann kommt noch ein Jäger-Device hier hin. Machen wir hier. Ich habe immer noch eine Cam. Oh, die Hedge ist noch gar nicht zu über Fridge. Hätte ich dann wohl noch eben machen noch. Offenblick. Nice. War auch immer das warm. Die Hedge ist zu. Da sind drei Leute. Uuuuuh. Hier ist nix. Nice, Marvin. Die werden aber richtig weggehauen. Nur noch zwei von denen. Hier ist ein Trap. Oh, mein Trap. Kannst du schütteln? Okay, ich werde jetzt nicht mehr rausrennen. Lass uns runterspielen. Ich habe doch keinen Arsch gesehen bis jetzt. Nicht? Nee. Ja, ich bin auf der Ostseite. Ja, ich bin drin, ne? Bei Fridge. Bei Red Stairs ist Nomad. Ja. In der Salle. Habe ich. No, die Nomad gesehen, schon wieder kein Kill für mich. 1440p. Ich glaube, ich habe für den Nomad nicht mal einen Assist bekommen, obwohl ich auf die geschossen habe. Okay. Irgendwas ist bei mir nicht ganz richtig, Alter. Irgendwie. Ich schieße da hin, aber ich treffe nichts. Ich nehme meine Dock mit. Wir nehmen die Pulse jetzt. Hallo. Und ich gehe an den selben Spot, wo ich seit acht Jahren immer hocke zur Defense hier. Wenn ich da jetzt nichts bekomme und nur sterbe, dann weiß ich nicht. Dann löscht mich bitte. Einmal löschen, bitte. Reenforced, weil das Wort noch nicht so drückt. Genau das Gegenteil. Ab Probutaclus. Bonney. Nice. Der dritte Runde. Er beginnt. Check die Art von Schreibung aus. Link zu unserer Partner. Instagram Gaming. Umtriebwerk. Natürlich vor allem auch zu Twitch. Dankeschön. Werbung, ciao. Werbung, ciao. Das sollte ich hier zumachen? Wo könnten die denn lang gehen? Ja hier so an der Wand auf jeden Fall ne. Schauen wir mal. Da ist Parkrun. Ja. Wir sind Park. Oh mein Gott. Wow. Das hätte mich auch erwischen können. Oh mein Gott. Ich hab den Kill. Hast du ihn? Da war noch einer. Take care. Mew take care. Der aiming at the door. Oh hier ist einer. Okay warte. Auf white oder was? Ich hab ihm gerade Bescheid gegeben. Auf white oder was? Ja ja. White. Ich will nicht retage mich. Ja hier irgendwas noch. Hallo. Du in die Bombe. Warum haben die hier alles aufgeschossen? Was ist denn los mit denen? Ich glaube, er ist immer noch aufstehen. Aber er ist er. Er ist hier. Er ist hier. Auf vor du. Er ist hier um mich. Er ist mit mir. Auf hier. Auf hier. Auf hier. A-besor. Auf hier. Der Manuel hat ihn in die Bombe. Er kann nicht sch summiten. Er hat ihn vor sich. Deployer Sensor. Nimbana habe ich, ja schön, das war wahrscheinlich Sledge, ist auch tot, okay, dann lauf ich jetzt ein bisschen rum, hier oben, ging nicht, wo, aber war auch wieder mein AIM, ich habe seinen Kopf gesehen, hätte ihn fast erwischt, aber halt nicht ganz, aber es war auf der anderen Seite von Nimbana, woher war das New Balcony, sorry, hallo, mein Call erschützt dich Monsieur, was, wurde irgendwas gesagt, ich weiß auch nicht, also halten wir das so fest, ja machen wir, ich nehme Blackbeard, die werden nach oben gehen und ich werde ein bisschen am Skylight rumschwänzeln, ich nehme Termite und gehe Christmas Market, die werden nach oben gehen, ich werde in Cigallo schreien und alles zerfinken, ich hoffe doch, ich hoffe, Valkyrie ist noch da oben, zwei Leute sind noch da oben, okay, der Rest sieht relativ, oh, relativ free aus, oh, ich habe einen anders lief bei dem, mhm, ich habe unten gerade, wie sagen wir so schön, Muchachos, die Geschenke des Lebens, man nimmt sie an, man nimmt sie wirklich an, ja, und zwar richtig tief in Hals, ja, wie, lol, da ist das sogar Monty oder nicht, ja, vielleicht sollten wir mit Monty zusammenarbeiten, jetzt, äh, ich müsste hier eben, kannst du einmal aufbreachen hier, ne, kann ich nicht, hast du keine Breachmark, ne, Flash, dann baste ich halt meine Termite-Charger dafür, da ist ja schon ein, ich würde sagen, ich glaube, es war Monty Oro, das heißt, es war der Rest, hier ist es, der Rest, hier ist mein Gott, wo, oh, sei, Wie ihr engertet ihr? Frost, Red, Red, Frost. Wie? Ein Seager-Shop, Seager-Shop. Helpt ihm, helpt ihm, helpt ihm. Inseiden, inseiden, inseiden. Inseiden, inseiden. Na! Der Schilder ist nicht mehr in deiner Possession. Ah, Junge. Digger, noch nie! Noch nie habe ich so einen Luck-Shot gesehen von der Frost, ey. Die war sowas von safe. Ey, also diese Runde hat den Luck-Shot geholfen. Aber sowas von. Der Frost hier drinnen, der Smoke hier drinnen gerade, hat mich richtig auseinander genommen. Das hat mich einfach zerfickt, dass der da war. Die haben ein C4, zwei C4, wenn Bandit C4 hat. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Ich würde schätzen, Bandit hat C4. Und vor allem war Bandit auch gerade... Ey, Legion ist da oben gegangen. Legion war auch weit nach oben. Oh, hier ist offen. Wo ist offen? Wo ist die Tür in der Kitchen? Behind you, Schild. Okay, ich werde versuchen, mit Fuse von oben zu attacken. Okay, Bahnhof-Milion reicht aber. Warte, mache ich hier einmal auf. Warte. 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 Sicher mich aber nur ab. Nicht, dass die gleich überrauschen bringen. Okay, Bahnmuseum ist erstmal free auf der rechten Seite. Fireplace ist auch free. Ja. Check von der anderen Seite noch. Red ist free. Ja, Red ist free. Gang ist auch free. Kannst reingehen. Ich erstmal. Ich höre hier was. Ja, hier kommt was. Hier ist der... Weiter durch. Der ist immer noch da. Markiert, markiert. Immer noch hier markiert. Er geht jetzt hier runter. Ah fuck ey. Ich habe ihn angefrackt auf jeden Fall. Da runter gegangen oder hoch? Ne, nach oben, nach oben. Injured assist. Nice. Wenn du es tot bist. Niiiice. Aber ich glaube da oben lief noch einer. Das ist nur einer. Wow. Last one. Barbo. Digger, ich hab ein Barbo. Ich hab nichts gesehen. Ich hab nichts gesehen. Ich hab nichts gesehen. Ich hab gerade alles geschackelt. Geschackelt? Geschackelt wackelt. Von deiner Fuse Scheiße. Sieht man das? Sieht man nicht. Das ganze Bild hat gewackelt bei mir. Ich hab nichts gesehen, Alter. Elite Fuse. Ba 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 ba. Der Turmite Head hier. Zu geil einfach ey. Nice. Einfach das goldene Turmite Head hier. Damit bin ich wieder back in Platinum. Hallo. Und ich hab mich jetzt am Ende doch nicht mehr ganz durchcarryen lassen. In den letzten zwei Runden war ich noch ein bisschen da. Sehr gut. 27% einfach. Leider nein. Muchachos. Geiles Ding. Wenn es euch gefallen hat, scheppert gerne die Daumen nach oben. Checkt die Beschreibung aus. Und sehen wir uns auch nicht in der nächsten Folge wieder. Bis dahin reingehauen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.